Der menschenbezogene, gut gelaunte Junghund Matteo sucht ein liebevolles Zuhause. Gerne hätte er einen nicht-dominanten, souveränen Ersthund dabei, der ihm ganz viel beibringen kann. Matteo kommt aus Spanien und ist seit März hier in Deutschland. Er ist ein immer gut gelaunter, offener, fröhlicher Lebensgefährte, der sich mit wirklich allen gut versteht. In Hundegesellschaft kann er auch stundenweise alleine bleiben. Der aufmerksame Matteo hat wie bei der Rasse üblich einen ausgeprägten Jagdtrieb. Er liebt es zu schmusen und wartet sehnsüchtig darauf, endlich bei seiner Familie einzuziehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017